Moin Toddi. Hi Holly. Und dein Wochenende, wie war's? Du, was ich da im Fernsehen gesehen habe, da in den Nachrichten, da was in Bremen nach dem Spiel passiert war, das ist schon sehr mies. Die Tragödie, das ist einfach schrecklich. Das muss aufgearbeitet werden, Toddi, und wir wünschen unserem HSV-Fern gute Besserung. Auf jeden Fall. Was auch mies war, war natürlich das Spielergebnis. Ja. 1-2 verloren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Sehr ärgerlich, aber du musst es auch so vorstellen, Toddi, dass so ein Derby 0-2 und dann auf 2-2 rankommen. Einfach nur geil. Entschuldigung, dann mit diesen beiden Touren. Also von Pitt, das war einfach schön, aber dann waren wir eigentlich den 3-2 dichter als die komischen Bremer. Gut, dann wurde Troche eingewechselt, der hat ein paar Fehler gemacht, okay, aber da so einen Anschluss dann nach dem Spiel ist, zu kriegen. Troche ist der Lieblingsspieler unserer Mutter und die mochte das gar nicht, dass er so angefühlt worden ist. Da sind aber bisher in dieser Saison schon viele Fehler passiert. Und von anderen Spielern auch gewaltige Fehler. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass Fee alle wieder zur Einheit formen und dass wir Samstag schon komplett wieder fokussiert sind aufs Spiel. Und die Treufe jetzt verkaufen, ne? Absolut.